Ich bin selber überrascht, dass die Stadt Wien auf Radkurier setzt, aber ich denke, es geht darum, dass wir einfach in der Stadt, gerade in der Innenstadt oder in der Innenbezirke teilweise schneller sind als die Autos, weil wir keine Parkpläser suchen müssen, durch den dichten Verkehr schnell durchkommen und generell uns ein bisschen flotter im Verkehr bewegen können. Wir haben eine Ausbildung bekommen, wir haben eine Einschulung bekommen, wie wir die Tests durchführen sollen, gerade auch wie lange gegurgelt werden soll, wie wir uns selber schützen, welche, wie wir die Handschuhe anziehen, Schutzbrille und wie wir das alles richtig aufsetzen. Und ja, mit der Zeit kommt dann noch die Routine rein.